Ich bin Chirurg geworden, weil man wirklich in der Chirurgie mit seinen Händen sozusagen für den Patienten was erreichen kann. Nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Handfertigkeit, die man lernen muss. Wenn man also so ein bisschen handwerklich interessiert ist, ist es eine ganz, ganz tolle Sache, weil man wirklich mit seinen Händen wirklich was für den Patienten tun kann. Die Chirurgie hat meines Erachtens den großen Vorteil, auf der einen Seite anatomisch gesehen, dass man sich im Bauchraum, also in allen vier Quadranten plus Becken plus Analbereich sicher bewegen muss. Das sind sehr verschiedene Organe, die auch da sehr in der Nachbarschaft sind. Also man muss sich anatomisch sehr gut auskennen. Die Bandbreite der zu behandeln Krankheiten ist sehr groß. Das geht von chronisch entzündlicher Darmerkrankung bis zu Krebs. Und das ist einfach spannend.